Heute geht es ums Hotel mit versteckter Kamera, so die kleinen Winkeln auszumachen, zu zeigen. Und ich kann versprechen, du wirst begeistert sein. Also, wenn man sich da ein bisschen ein Bild macht, es ist eine sehr grüne Anlage, sie ist sehr gepflegt. Umgeben von Tieren und übermächtig großen Vögeln. Also, wie ich daheinander gekommen bin, haben wir mir gedacht, ich bin in einem Teil von Schönbrunn. Mit einem Labyrinth. Jetzt weiß man, was suchen, wo da der Eingang ist. Na dann, geht's los, oder? Let's bet's! Ja, das Labyrinth, das dürft schon längere Zeit, keiner, begangen sein. Ich muss schauen, wie wir da am besten wieder rauskommen und dann nehmen wir auch die Abkürzung. Das war falsch. Ja, man kann sich davon laufen. So kann es auch nicht sein. Wenn ich ehrlich bin, komme ich ja da gar nicht mehr raus. Wenn ich ehrlich bin, komme ich ja da gar nicht mehr raus. Also, ganz geschafft habe ich es nicht, weil von da sind wir wieder gekommen. Dieses Labyrinth zu durchqueren ist mir nicht ganz gelungen. Ich habe eine eigene Nähkammer mit Singer-Nähmaschinen. Hier ist das Restaurant, direkt am Strand. Wunderschöne, gemütliche Location. Schöne dagen auf den Charter! Das war jetzt so eine kleine Rundreise. So, jetzt muss ich zurück. Es ist chillig hier, es ist cool hier. Die Leute sind, wie gesagt, sehr freundlich. Es passt alles rundherum. Und ich melde mich dann wieder mit News etwas später. Ciao. Ciao.